So, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Last of Astrid Mastered auf der PS4. Wir sind hier in einer Bücherei unterwegs mit Ellie. Im letzten Part hatten wir hier alle kalt gemacht und alle leise. Ohne, ohne große Schießerei oder sonst irgendwas. Ja, jetzt wollen wir uns hier erstmal umsehen. In Ruhe. Irgendwo müsste auf jeden Fall hier irgendwas sein. Nein, das ist auf jeden Fall so. Das weiß ich noch. Wo bleibt denn die Ellie? Man könnte eigentlich mit der wieder mal so ein Gespräch führen. So ein Alternativen, aber ich weiß nicht wo. Kein Plan. Ist mir auch egal. Wichtig ist, wir haben es überlebt. Ah, mit dem Messer. Na komm, ich hab ja drei. Mist, da ist ja direkt ein Messer weg. Wow. Hier, jede Menge Zeug. Aha. Was ist er denn hier für eine Karte? Vergrößern. Und hier liegt ein Rohr. Und ich werde auf jeden Fall das Rohr nehmen. Weil hier das Rohr kann auf jeden Fall mehr einstecken. Und vielleicht... Vielleicht kann... Nein, kann ich nicht. So ein Mist. Medikit kann ich machen. Ja, warum nicht? So, jetzt habe ich Medikit. Das kann ich nicht. Ja, Mann. Nicht Medikit nehmen. Hier. So, 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 so. Naja, wenigstens haben wir schon mal eine verschlossene Tür gefunden. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Würde ich sagen. Mann, Ellie, guck dich mal um, ey. Braucht paar Sachen. Pillen und... Ja, kann ich das nicht nehmen. Und Scheiß. Ah, hier habe ich genug. Ich habe leider genug Energie. Weil mich kein Schwein erwischt hat. Diese Idioten waren so dämlich. Hier, ganze... Der ganze Laden hier. Total dämliche Idioten. Na gut, ich gucke mich mal nochmal unten um. Und dann geht es direkt weiter. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn man sich hier mal umguckt. Aber, ich, das muss sein. Ich habe sonst, ich habe sonst, ich kriege sonst Probleme. Mit dem Weiterkommen. Mit meinem... Mit meinem Leben und so einen Scheiß halt eben. Und es ist... Lebensnotwendig hier, sich umzugucken. So, hier war ich ja. Hier habe ich, äh, ein paar Sachen gefunden. Und... Ja, sonst nichts. Hier... Hier ist ein Stein. Leider nur ein Stein. Hier kann man das nicht aufmachen. Nein. Scheiße. Aber hier... Kann man auch nicht. Scheiße. Alter, hier kann man ja gar nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Eine Flasche. Hm. Mist. So, ein Mist. Naja, ich glaube... Ich glaube, hier müsste ich lang oder so. Nee, ich müsste oben. Stimmt, ich müsste oben raus. Hier ist sonst nichts, ne? Das ist doch kacke. Das ist doch kacke, sowas. Und ich kann nicht schneller rennen, leider. Hier ist... Oh, nix. Ja... Alter, ich weiß es doch. Aber... Spiel, du musst das doch wissen, wie es abgeht hier. Dass man sich hier immer umgucken muss. Verstehst du das? Alter, ich bin schon... Ich glaube schon... Ich bin schon dämlich genug, um mit dem Spiel zu reden. Scheißdreck. Das ist ja nur kacke. Flasche wieder... Hier ist... Nix. Gut, hier, ich gehe jetzt. Kein Bock mehr. Genug umgeguckt. Ich habe ja ein bisschen was gefunden. Was liegt denn da? Na, also. Ist doch schon mal was. Alter, wieso? Ach, Mann. Wieso schreibt mir denn einer? Ich bin hier am Spielen. Ich bin hier am Aufnehmen. Das ist wichtig. Keine Zeit. Na gut. Hier. Hier müssen wir hin. Ist ja sonst nix, oder? Ähm. 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 Was soll er? Wieso... Ich kann auch hier runter. Ich kann aber. Vielleicht liegt da irgendwas. Wer weiß es schon. Da liegt hier irgendwas. Nein, liegt gar nix. So ein Scheiß. So ein Scheiß aber auch. Da liegt hier vielleicht irgendwas. Da war irgendwas. Da habe ich gesehen. Ja, irgendwie irgendwas hier. Jawohl, yeah. Ja, super, 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 super. Mehr davon. Ich hätte gern mehr davon. Ich kann doch hier irgendwas jetzt bauen. Ich kann doch. Ja, genau. Scheiße, eigentlich hätte ich lieber ein Messer gebaut. Was machst du für Geräusche, ey? Was zur Hölle waren das für Geräusche? Hier ist wieder nix. Nix, nix, nix. Ah, hier. Hier kann man mit dir reden. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Wieso schwätzt du denn von da hinten? Verrückt. Die Leute, die protestierten, sind die Leute, die uns attackieren. Ja, die Hunter, die begackten Hunter, ey. Ich glaube hier, das wird's schon. Oder, ist das hier? Ist das hier schon? Ist das hier diese, diese? Ach man, ich glaube schon. Ich glaube schon. Pass gut auf, wenn du springst. Ja, Pillen. Pillen. So, ich müsste mal grad gucken, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich hab mich ja drei Stunden da oben umgeguckt. Sechs Minuten. Ist okay. Ich guck mich hier nochmal um und dann, ähm... Jo, ich denk mal, dann werden wir den Part beenden. Und dann... Runter, 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 runter. Das sind noch mehr. Los, schnell mit der Kranke. Okay. Hauen wir ab. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaub ich. Dann weiter so. Na komm. Da ist die Brücke. Ja, 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 ja. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, die ich mir dem Messer öffnen kann. Oder man kann hier mit, mit Ellie schwitzen. Ellie. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Pff. Wie bescheuert. Ja. Da habt ihr es gehört. Da habt ihr es gehört. Jo, jo, jo. Ich glaub. Ja, irgendwo war auf jeden Fall so eine Tür. Oder die... Ja, auf jeden Fall. Mann, ey. Hört auf zu schreiben. Ich... Ja, ich brauch leider mein Handy hier. Damit... Damit ich meinen Timer einstellen kann. Aber... Ja, es tut mir ja leid, wenn ihr jedes Mal dieses Geräusch hört. Wenn einer schreibt. So. Oder anhören müsst. Irgendwo... Irgendwo war auf jeden Fall... Ja, da hinten ist es. Die mit der X... Mit dem X markierte. Komm. Ja, scheiß drauf. Dann ist halt eben mein Messer weg. Na bitte. Hier ist gutes Zeug. Einmal das. Der Eva. Der Eva hat es geschrieben. Vergrößern, so sieht es aus. Auf Wiedersehen. Na, diese Sicht der Dinge... Nützt niemanden. So. Hier war noch ein bisschen. Auf jeden Fall haben sich die... Haben sich die Leute hier verschanzt, wie es aussieht. Und... Komisch, dass die nicht... Dass die sich nicht infiziert haben. Jawohl. Hier 50. Oh, hier ist noch mehr. Und Pillen. Und Munition ist voll. Scheiße. Ich müsste mal mehr mit der... Mit der Pistole schießen, ey. Scheißendreck. Pillen. 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 Wie sieht es aus? 25. Fertigungszeit. Nein, 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 nein. Keine Fertigungszeit. Wir machen... Schwenken der Waffe auf jeden Fall. Das ist... Das ist jetzt... Äh... Das nächste, was wir machen. Ja gut. Hier sind wir fertig. Und wir gehen dann weiter. Und die Ellie, die kann ja nicht schwimmen. Leider. Das heißt, wir müssen hier... Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf gehst, kann ich das Brett bewegen. Okay, und ich hab vergessen, wie man taucht. Weil da unten ist auf jeden Fall was. Aufkreis. Aber ich glaube... Jawohl. Hier. Dieses Kackding da. Das wird noch nerven. Ja, das Kackding wird noch nerven. Ja, und jeder Ding brauchen wir wieder. Aber... Da unten ist irgendwas. Hier. Jawohl. Ist hier sonst irgendwas? Ja, und schon, Joel. Schwimm doch mal vernünftig. Scheiße. Komm, wir gucken nochmal hier unten. Und dann machen wir weiter. Nee, ist nix. Gut. Waren nur die... Die 10 von den Dingern. Auf jeden Fall schon ziemlich gut. Komm schon, Joel. Schwimm doch mal schneller. Komm schon. So, wir müssen jetzt komplett zurück zu Ellie. Und dann... Die damit befördern. Auf der... Rüber... Rüber befördern auf der... Steig auf. Wir gehen durch Hotel. Ja, durch Hotel ist scheiße. Du, das Hotel ist scheiße. Komm. Leg das Brett so hin wie die. Ja, mach doch. Mann ey. Komm, mach mal ein bisschen hinne. Mach mal hin, Ellie. Okay. Hier kommt nur noch irgendwie hoch. Ja, es ist irgendwie in der Luft da hinten. Ja. So, ich muss hier durch. Glaube ich zumindest mal. Jawohl. Hier durch. Und dann gucke ich mich mal hier um. Oh. Wie das stinkt. Ja, verfautes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja. Andauernd. Und was hast du bestellt? Nur... Nur Kaffee. Ja, ja. Okay, Leute. Mein Timer klingelt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal.